z z könnte man in der lobby okay wo gehen wir er ist rausgesprungen ach das ist da ganz hinten die werden wohl noch kommen jonas springen wir einfach ab und hoffen dass sie da sind nein kommst du überhaupt an nein neben die fallschirmtraktik jemand anderes springt zu tomato tun ich bringe auch zu dings wir müssen ein weiteres team nein da ist auch ein team ich bin im lkw gehen wir zu jonas weggelaufen weil ihr nicht da war ich dachte wir sind da zu zweit gegen hier ist los ich bin da und da wird geballert auch jemand waffen ich hab waffen ja ich brauche nur waffen ich habe umkunden und pump 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 und in der techniker hier nach technik das ist die last er kommt her da liegt der waffe wo läuft glas jetzt ist das mal nach niklas aber bist du da wo denn gibt es nicht die wand die man einschlagen kann ja ich habe keine ist auch keine kiste wir müssen immer fahrern wir sind immer irgendwo hin ich habe im hedgehog gegeben habe im hedgehog gegeben nein ich kann mich verteidigen wenigstens jetzt ich habe die alle angehittet jetzt rechnen wir die zwei die haben alle 100 rüstung gehabt da kommt noch ein team das ist nicht wahr oder egal die werden zurück ich finde ich zack ah da ist ja noch einer wie viele sind da alter wie viele sind ja 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 ja